Ich lauf mal, hast du ne Waffe, ja, wa? Ja. Beide bei mir in der Halle, die hatten zwar keine Waffe, ich hab nur ne Pfanne, ich komm mal außen zu dir. Ne, ok, bin fein. Ah, die sind beide in der Halle, wo ich gelandet bin. Echt zu ner Halle einer, hat Hitz. Echt zu ner Halle einer, hat Hitz. Na ja, der rechts hat wieder gepillt und der andere ist ganz links an den LKW. Hä, was? Von wo das denn? Läuf von ner anderen Halle, von hier. Puschen. Ach, das ist noch? Ja, ok. Naja. Der ist schon close. Nein. Boah, ok. Ich hab von ner anderen Halle einfach bekommen. Ja, ich erinnere mich, aber es waren ja drei Leute. Keine Ahnung, was mit dem dritten war, ob da noch ein zweites Team war oder so. Ich hab das auch gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ge 번째 Zeitpunkt. in der Gröningwelt. Ich hab das reissy für這些 Film gemacht. householdband Können wir die dodge in die Map oder willst du die spielen? Ne, mir egal. Es sind halt nur 32 Leute so. Und sonst so Leute, der Wochenende ist vorbei, freut ihr euch schon auf Montag? Lass uns mal direkt runter, die erste Stadt, da ich hoffe, dass wenigstens ein paar Leute mitkommen. Wir können doch kurz warten, ob welche rausspringen oder so, also eigentlich müsste die erste Stadt immer was springen, ich liebe die, aber wir können auch woanders sein, wenn du willst, mir ist das egal. Ich ewig nicht mehr. Ich glaube, die gab es früher auch gar nicht, bin mir nicht sicher, ich glaube, die wurde erst nachträglich hinzugefügt. Ne, die kamen in dem ersten Rework dazu. Also da erinnere ich mich, ich glaube, sonst waren glaube alle Städte schon da, aber genau, das ist halt irgendwie, dass die da oben halt so eine Plattin gebaut haben. So, ich bin hochmotiviert, jetzt fraggen und checken, dann auf geht's. Als ein Team glaube ich, das ist okay, weil diesmal fehlt der dritte, der dann irgendwie abfuckt.